Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Da sind wir wieder mit dem Gute-Laune-Säckchen. Da sind wir wieder mit dem Gute-Laune-Säckchen. Da ist es auch schon. Heute ist nur noch eins drin. Meine Mama muss noch neue machen. Ganz genau. Es will nicht. Es darf nichts mehr machen. Ich glaube, da höre ich es auch schon da schön. Hast du es? Zieh mal. Gut. Gut. Schreibe oder male ein Bild und schicke es Freunden oder? Oma und Opa. Ui, da wird es ein ganz schwindelig. Also, schreibe oder male ein Bild und schicke es lieben Leuten. Habt einen schönen Tag. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.